Tag Nummer 20. Da stehen abends die Weihnachtsfeiern an. Glühwein, Fleisch und der betrunkene Mann. Wir haben Spaß und lachen ganz viel und machen die Weihnachtsspiele mit. Ganz viel. Und dann steht das große Wichteln an. Wer hat mich wohl gezogen und freut sich mein Wichtelkind? Der Abend geht vorbei in Saus und Braus. Da ruhen wir uns morgen lieber aus.